Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Die DKE sieht die Chancen der digitalen Gesellschaft, schafft Schnittstellen und neue Verbindungen. Sie gestaltet den Wandel und macht ihn zum Standard. Wir sind Besserwisser. Wir lernen überall dazu. Wir teilen Wissen. Wir nutzen unendlich viele Erfahrungen. Wir sind Weltverbesserer, denn die Kraft und Kreativität der Crowd bringt uns auf ganz neue Lösungen. Wir sind Revolutionäre, weil wir Mobilität ganz neu definieren. Wir sind Unternehmer, weil wir selbst entscheiden, was auf den Markt kommt. Wir sind Aktivisten, weil wir mit eigenen Ideen ganz Großes bewegen. Die DKE macht gute Ideen groß. Die DKE bietet Sicherheit. Die DKE setzt Zeichen. Die DKE gestaltet Zukunft. Mit allen, die für positive Veränderungen stehen. DKE – Wandel wird Standard. Herzlich willkommen auf der Reise in eine Zukunft ohne Grenzen. Herzlich willkommen zur DKE-Tagung 2015. DKE. Outro MBlows